Ein besonderes Produkt in der Forever-Produkt-Familie ist die Avocado Face & Body Soap mit der Artikelnummer 284. Denn hier wurde auf die Kraft der Avocado-Frucht gebaut. Und die Avocado ist eine der ältesten uns bekannten Früchte. Wenn wir sie essen, unterstützt sie sogar die Bildung des Glückshormons Serotonin. Und das ist immer willkommen. Guten Appetit. Ja, aber Ralf, Avocado kann man nicht nur essen, sondern sie eignet sich auch hervorragend zur Verarbeitung in Hautpflegeprodukten. Denn durch ihren hohen Fettanteilen an ungestattigten Fettsäuren hält sie selbst die trockenste, also fettarme Haut wieder schön geschmeidig. Und genau das ist der Pluspunkt unserer Forever-Avocado Face & Body Soap. Sie reinigt sehr gründlich, aber eben ohne auszutrocknen und legt gleichzeitig eben durch den Gehalt der Avocado-Fettsäuren wieder einen Schutzfilm auf die Haut obendrauf. Ja, denn interessant zu wissen ist, dass das Avocadoöl vom Aufbau her unserem Körperfett, das wir also selbst produzieren, sehr, sehr nahe kommt. Zudem verarbeiten wir nur sehr reife Avocado-Früchte, die dann natürlich auch die Fettsäuren voll entwickelt haben. Bei den unreifen, noch harten Avocado-Früchten sind diese wichtigen Fettsäuren noch gar nicht enthalten. Deshalb schmeckt eine unreife Avocado eben auch nicht so lecker wie eine Reife. Ganz genau. Also die Forever Avocado Soap ist deshalb sowohl zur Gesichts- als auch zur Körperreinigung perfekt geeignet. Aber hier möchte ich noch einen ganz speziellen Tipp aussprechen. Gerade Menschen, die mit einem sehr fettigen Hautzustand zu kämpfen haben, profitieren ebenso wie die Menschen, die mit einer fettarmen Haut zu tun haben. Stellen Sie sich Folgendes vor. Menschen, die einen fettigen und unreinen Hautzustand haben, möchten meist nur eines erreichen. Nämlich diesen unschönen Fettfilm aus dem Gesicht wegzubekommen. Die Haut produziert diesen Fettfilm aber in dieser Phase, oft ist das ja zum Beispiel in der Pubertät, aus einem einzigen Grund. Nämlich als Schutzfilm. Leider wird nun oft der Fehler gemacht, den Fettfilm aus dem Gesicht mit einem alkoholhaltigen Produkt zu entfernen. Was macht dann die intelligente Haut? Sie sagt, oh je, uns wird der Schutzfilm weggenommen, dann müssen wir wohl mehr produzieren, mehr produzieren. Geben wir aber der Haut etwas zu, das sie schützt, eben den möglichst identischsten Schutzfilm, dann kann sie gedroht sagen, na wunderbar. Wir bekommen es von außen, also müssen wir es selbst nicht mehr produzieren. Und die Haut kommt wieder in ein Gleichgewicht. Eigentlich logisch, nicht wahr? Ja, Pia, sehr logisch. Zudem überzeugt mich, dass der zartcremige Schaum und der erfrischende, belebende Duft, denn auch Öle, zum Beispiel Limonengras, haben wir damit verarbeitet. Also, fassen wir die Vorteile der Avocado Face und Body Soap mit Artikel Nummer 284 noch einmal zusammen. Es enthält die Kraft der Avocado Frucht mit wertvollen und ungesättigten Fettsäuren, gleichermaßen für eine zu fettige als auch für eine fettarme Haut geeignet, für Gesicht und Körper geeignet, verwöhnt zugleich die Sinne mit dem Duft ätherischer Öle, zum Beispiel aus Limonengras, und sie ist sehr, sehr ergiebig. Viel Spaß damit! Vielen Dank!